Ja hallo, schön dass ihr wieder reinschaltet beim nächsten Part, es geht mal wieder weiter, ja wir haben hier einiges erkundet, in dieser Gegend, äh ich suche jetzt gerade die Karte, genau die Karte, da sind wir, weil ich hab mal mit den Flos, halt mal so einiges erkundet, nämlich diesen ganzen Rundgang hier, weil hier ist auch noch eine Insel, ganz in der Nähe von uns, ja, wie man sieht, wir haben hier nämlich auch noch nicht alles so entdeckt, ja mit dem Flos können wir leider noch nicht in das tiefe Gewässer, das ist natürlich ein bisschen doof, würde ich mal so sagen, oder? Aber nichtsdestotrotz, äh, mir ist nämlich, nachdem ich den letzten Part beendet habe, nämlich auch etwas aufgefallen, Ja, was war der das hier? Ne, da war sie es hier, auch nicht, irgendwer war das, da habe ich eine Person angesprochen, Ja, gut, ich glaube, ich glaube, er war der da, da habe ich nämlich irgendwas abgegeben und, ja, auf jeden Fall hat man das im Inventar, weil man es halt nicht schnell verkauft hat, und ja, da beginnen wir doch mal leicht mit einem, Oh, Speedbonus! Oh, Miep, die ist ein bisschen fetter, diese Fliege. Ey, da kann er schon 3 erloben, ist ja krass. Da hab ich noch nicht weiß wieviel er da abzieht, diese fette Hummel. Äh, Skill, äh, yo. Bombs, joh, dead, okay. Okay, dann wissen wir ja schon mal wo er da hitten möchte. Ja, können wir doch nehmen oder den? Geben wir an bitte. Boost, take. Okay, Skill, wieder auf Pressure. Woah, pooh! Wunderbar. Kann ich mal anders machen? Näääh. Ja, wir können jetzt... Status, Escape. Defend. Und, können wir den hier weiterangreifen. Wunderbar Oh nicht mehr Platz, muss ich aufgeben Defend, ich weiß es genau, dass er Ja, ich weiß es genau, dass er die Gegner in den Ball drin angreifen möchte Ja, ich denke, dieser Gegner Wunderbar, oder? Wow Wow 3 Ah, so war das Hm Gott, das ist super Schade, dass wir die nicht aufnehmen können Dann hätten wir die schön verkaufen können Das wäre natürlich praktisch Ja Sehr schön Sehr schön Gut, sie hängt da mit einem Level hinterher Ja, das ist zu blöde Er hat alle erledigt Im Gegensatz zu Trish, deshalb hat er auch alle Perlen bekommen Ja Ja, diesen Kampf wollte ich Wo ist der Typ denn? Warte Wollte ich euch nicht verwehren Deswegen muss ich nochmal schauen Glück brauchen wir nicht Mana Punkte brauchen wir ja auch nicht Genau Haben wir ja gut ausgeglichen Ja Ja Vielleicht können wir ja irgendetwas verkaufen Das wäre nämlich praktisch für uns Ja Ja Okay Ähm Nein Daher sieht man auch Wir sind hier nicht gut ausgestattet Mit Accessoires Ja Wie fahren wir denn eigentlich Ich glaube irgendwie kann man hier runter, oder? Ich glaube irgendwie kann man hier runter, oder? Seitdem Ja Genau Okay Können wir nichts verkaufen Schade So Dann können wir ja eigentlich Aufs Schiffchen gehen Dann zeig euch mal die jene kleine Insel, die ich da entdeckt habe Ja Zufallskämpfe Können wir ja machen, aber Sagen Nee, möchte ich nicht Ja Sind wir fast da Dann Könnten wir auch mal kurz rauf gehen, nicht wahr? Ja Um mal hier etwas zu entdecken Was haben wir denn hier? Ähm Warte schon Warte, warte, warte Okay Was ist das hier eigentlich? Wie ist das hier eigentlich? Yep Warte Ähm Muss ich nur kurz gucken was ist Was das ist Näh Warte Ah Aha Ein bummel Ähm Ich denke mal So, hier haben wir noch ein bisschen Platz, ach hier, das ist hier für, damit ich da mehr, ja der blöde dauer ist, äh, das hier, er kann nicht kaufen. So, gibt's neue Items? Irgendwie nicht, oder? Äh, was ist das? Ach so, ist zu schwach. Okay, dann gehen wir mal hier weiter und dann haben wir den hier. Ja, ich übersetze das mal hier alles mal nicht, weil, das ist mir zu viel Englisch, wenn ihr es übersetzen wollt. Und, äh, Pferd, das wichtigste übersetzen, um halt der Story hier ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Aha, der möchte wohl hier die Serenbogen-Medals haben. Ja, die Serenbogen-Medals haben wir hier. Bei dem kann man die wohl abgeben, wenn man möchte. So, was haben wir denn hier? Hier ist die 6 Braucher, 2 haben wir. Nein, nicht nochmal, danke. Hm, ja, haben wir ja gemacht, ach so, hier haben wir wieder einen Brunnen. Können wir ja rein gehen, cool. Ähh... Hallo? Licht? Licht? Nö. Wie ging denn das? War das geil, oder? Magic Light. Ja, cool. Da haben wir ja eigentlich schon das, was wir haben wollen. Was es hier zu entdecken gibt. Wir gibt das hier wohl nicht. Hm, naja. Dann muss es ja wohl alles gewesen sein. Wir gehen mal hier ringsherum. Ja, das ist alles. Okay, können wir wieder zurück. Ja, es gibt es ja nämlich noch ein Pokal für alle Brunnenbesuchen, also die ganzen Weltsbesuchen. Was willst du denn? Ach, du möchtest meine Waffe aufbessern. Das ist noch nie, wahr? Nie. Ich weiß, ich weiß. Aha, das ist ein Typ. Wie war denn das, dass ich es sehen konnte? Das Status? Aha. Wie viele... Sachen liegt da? Ah, okay. Gut. Ja, ja. Ja, hier kann man pennen gehen. Was haben wir hier? Hm. Ja. Nö. Okay, dann lassen wir den nämlich noch dort. Was? Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Was Geheimes. Na. Ich denke, die meisten Kämpfe werde ich rausnehmen. Vielleicht noch eins. Aha. Ja, da kommen wir dann wohl hier rein. Small Post. Okay. Ja, jetzt sieht man ja. Und dann kommen wir hier nämlich in diesen Dungeon rein. Und ja. Das haben wir nämlich hier vorne nämlich. Weil wir haben hier nämlich... Ah, Schlüssel 4, siehst du? Da kommt's dann ja. Kleine Plüsch. Sieht nämlich nicht so aus. So, wir brauchen mal Level 4. Da werden wir ja nicht sehen, wie stark der Gegner ist. Hier sehen wir's mal. Level 41. Da ist dann kommen wir da rein, wo wir hin sollen. Okay. Okay. Hm. Schmerzt er irgendwann mal. Bissern nichts weiter. Ah, hier ist nochmal ein. Okay. Okay. Also hier ist eigentlich nichts relevant. Aber... Ich weiß noch von damals. Da hier war Global Level 3. Genau. Level 41. Weiß ich was dieser Kampf da unten ist. Weiß ich nicht. Und hier. Schlüssel 2. Und hier. Kann man schon mal hochschließen. Da da da. So, was ist er denn? Boah, Level 10. Huh. Wollen wir mal gucken, ich gegen 5? Ach, mal doch. Ach, auch. Ja, dort ist der Schwester. Gehen wir mal so schön vor. Attack! Äh, die Aix ist wieder dunkel eh. Sehr schön. Sehr schön. Sehr doof geworden. Müssen wir wohl irgendwen kaufen, wenn er sie angreift. Macht er aber nicht. Okay, wie gehen wir mit. Defense. Ja, aber klar. So, wir wollen alle nochmal den. Wunderbar. Hm. Falls ihr so klar. Ja. Ach du mein Alter. Hm. Kann da hier oben auch irgendwie tot gehen. Das wäre sehr nett. Tada. Wunderbar. Ja, jetzt gehen wir ihm. Und zack. Juhu. Also da könnten wir eigentlich diesen Gang machen. Das wäre aber zu gut. Das ist ja leider nur mal zu gerne. Wie dieser Dungeon heißt. Das ist es nämlich. Oh, das ist ja nicht. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. Vielleicht kriegen wir hier mal irgendwo mal eine kleine Erkenntnis dafür mehr Licht zu bekommen. muss hier aufpassen, es ist ein bisschen zu dunkel vier, na komm, von hinten gehen wir mal von hinten, aber wir haben leider dadurch keinen Vorsprung gehalten, schade eigentlich war so klar Eieieieiei, das ist übel den schaffst du eh nicht Trisha war so klar Ah, bald geschafft Nein, ich rufe Skill wir wollen ihn mal Cool Der ging ja easy Wunderbar Wow, mit zwei Schlingen Okay Wunderbar Oh cool, wird neu jetzt Ja, diese kleinen Sachen, die kann man ja auch dann verkaufen Ja Ich werde dann hier wahrscheinlich auch mal ein paar Kämpfe raus Ja Damit wir hier auch mal was sehen Aha Okay, okay, schade eigentlich Eigentlich schade, dass da nichts ist So, aha Mach du mal eine gute Höchstentipp Na dann wollen wir mal warten Sind da sieben Gegner Kleine Herausforderung für uns hier So, und der steht natürlich vor Ah, siehst du an? So, und dazu schon mal ihn Voila Boah! Ah, Poison. Okay. Das ist natürlich nicht nett. So, was wollen wir machen? Wir wollen ihm ja irgendwie wieder heilen. Wie ging denn das? Wie ging denn heilen nochmal? Hm, ne Clubbackup bin ich dran. Skill? Was ist das hier eigentlich? Frui-Trui? Gute Frage. Gute Frage... Ach, Analysium. Okay. Mobile up. Skill. Oooooohhhhhh Na toll Ich kann Hier irgendwie nicht Ja, war jetzt so klar Hm Siehe so? Na natürlich Das wird jetzt ein bisschen kritisch für mich hier Ich hab keine Heilung Das ist doof So Weil es nicht so schön war Machen wir es noch mal bis er hier entweder tot ist Oder Da Oh Nein, du bist so dumm Der ist ja schon Point So Diese Fischer sind hier nicht sehr sehr Gefährlich Für uns hier Ja Ich hoffe, er hat das noch einmal Ja, aber gerade mal so Ui HAH Das war jetzt doof von mir Also gehen wir eben Oh Das geht gerade mal 30 hoch Das ist ja doof, wa Oh je, mal sowas hier, wa So, jetzt nochmal Move Stehen bleiben Attacke Fällig So So Aber der Vorteil Logik Ist ja Wenn man Da drinnen ist Wenn man Da drinnen ist Wenn man wird vergiftet Dann Ne Jetzt muss sie ran Ach sie 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 hat sie Nee, oder? Ist jetzt nicht euer Ernst Das ist jetzt nicht euer Ernst Das ist jetzt nicht euer Ernst Wir haben Komplett erhalten, geht das auch Ja, das geht auch Okay Ja, da Das heißt Immer schön vorsichtig sein So Dann werde ich natürlich auch hier mal Ich werde dann die kommenden Kämpfe rausschneiden Wow Also hier bekämen wir ein bisschen was auf Das war mal wieder ein kleiner Aufmerksam Kampf den wir da haben wollten Und wow Wenn wir doch alle Kerzen benutzen so gleich mal Bevor hier irgendetwas anderes dazwischen kommt und wir wieder Eieieie Das ist eigentlich sogar richtig hier gelaufen Wunderbar Drei Skeletten Nö, nö, nö Ich wollte nämlich auch hier zuerst hin Weg mag diese Gegner nicht Die Gegner konnte aus dem Weg hier Was ist das hier eigentlich? Ah wie viel? Ah 6 Ok Ok Dort haben wir dort Dort haben wir dort Es gibt zwei Wege Wessen wollen wir gehen? Erstmal hier runter Hier ging eine Tür auf Wow Der hat immer Cool Was ist denn du? Ah Ken Reviver Charakter Ah Wieder überleben eines Charakters Das ist gut Das ist gut Das ist nicht So Trisha hat der auch Hunger So mehr ist nicht Nö Ich schau mit Absicht in allen Ecken Da kann ja sein Dass hier immer irgendetwas ist Was man so nehmen könnte Ok Dann werden wir mal diesen Kampf hier angehen So da haben wir die Mal schnell erledigt So wir sind eingeschmisst Wir müssen mich heilen Oh Es gibt auch schon wieder 2 Wege Wir gehen doch lieber den anderen Weg Oh Ok sehe ich immer noch unverletzt Können wir das hier irgendwie Bei Typ Da haben wir noch 2 Ok Cool Haben wir noch ein Rainbow Mell Ach Was ist das hier? Ich würde sagen Einer der mir hier ein bisschen was verkauft Das ist ja auch nur Müll Was ist das hier? Was ist das hier? Achso Das sind hier die Waffenstunden Okay You're welcome Juch Dann können wir ja Fast Er hat mir hier zu wenig Er hat mir hier zu wenig Ach Ich bin eh nö Ok Dann legen wir mal hier wieder los Gegen diese Juch Jo Boah Etwas langweig Ach Wieder 2 Gänge Ach Du mal Hütter Ist aber schon mal gut zu wissen Dass das hier so ein plener langer Gang ist Na Wo muss man hin Es wird dunkel hier Mami Uh Da läuft etwas Nicht Koscher Oh Oh Was seid ihr für welche? Wwwww Elf? Sind denn neue Gegner hier eh? 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 6? Äh Was zeigt denn der andere Weg? Ich bin da ja meine Sohn Ich bin da ja meine Sohn Ach du meine Hütter 3 Dann wollen wir erst mal gegen diese Oh Mad Dog Äh Ja Sie ist ja heile Ja ist auch heile wunderbar Wollen wir erst mal gegen diese 3 versuchen? Ja Hm Hm Wollen wir mal probieren hier eh? Oh Brav Sitz macht Zieht Ach du mal nicht Ach du mal nicht Eieiei Das sind der starke Gegner ey Zwei So Und das müssen wir Bisschen differenzieren hier Na Scheiße Wollen wir mal davon ausgegangen? Der hätte uns gleich zweimal mit diesen Schlägen bewundert Na Bleibst du wenigstens da sitzen? Ja Okay Boah Boah Waa Nein Da haben wir doch eigentlich Einen wunderbaren Erdkracher Juhu Er ist wieder aufgestiegen damit Falls er schön war Hat er die Ene nämlich schon mal auf Waaah Machen wir so Kann er eigentlich nochmal? Kann er eigentlich nochmal? Ja Kann er Tadam Tadam Ganz ehrlich Wie soll ich das schaffen? Gee Mann Volk Gee Gee Geee Gee 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 Also hier ist noch was gewesen, so hier ist nichts, hier haben wir noch was, oh kein Platz, Okay, dann lassen wir es, nur wegen das kommen wir da rein, so und er muss sich leider heilen. Ja und sie hat noch alle, er hat natürlich nicht alle. Ja, okay, dann sind wir ja eigentlich fast bereit, aber nur fast. So war aufgestiegen, wunderbar, ja, ja, sind ja 8, wa, probieren wir es, jetzt muss ich flüchten. Das ist eine blöde Wiener. Oh, was soll das hier ohne? Äh, nein, ich flüchte. Ich hab die Gegner gesehen und ganz ehrlich, wir sehen uns dann draußen. Ja, da sind wir ja irgendwie wieder rausgekommen, aus diesem Dungeon. Ja, der ist für zwei Personen ist der leider noch zu stark. Ja, was hab ich in der Zwischenzeit gemacht? Ich habe in der Zwischenzeit mich wieder aufgelevelt hier. Wir sind da ein paar Level hochgekommen, hab wieder aufgelevelt und ja, jetzt gehen wir zu unserem eigentlichen Ziel. Wir können ja nochmal gucken hier, wir waren ja hier drauf gewesen. Diesen Dungeon müssen wir uns merken. Das ist so ein extra Dungeon, der extra klasse. Ja, also Level 41 ist schon mal vorgemerkt, daher können wir schon mal bei diesem einen, also können wir schon Level 3 machen. Aber erst mal Schlüssel Level 3 bekommen, das ist es. Das heißt, wir sind grad mal Level 11, also noch 30 Level aufsteigen. Wir werden dann irgendwann auch demnächst machen. So, und ja, wir haben schon so mit beende, ich schätze diesen Part und ja, wir... Schreibt auf jeden Fall Kommentare rein, wie ihr diesen Part im Phonat habt. Äh, klar, ich bin Glieder Schlüssel gewesen. Äh, also 8 gegen 2, äh, zu niedrige, gelevelte Charaktere. Aber im Endeffekt, äh, war das schon schlau von mir. Da nicht gegen die anzutreten. Okay, dann lasst auf jeden Fall ein Däumchen auch noch da. Und wer mich noch nicht abonniert hat, darf es auch gerne tun. Auf jeden Fall bleibt dran, es geht weiter. Ciao! Ciao! Ciao!